Das ist nun schon die zweite Nacht, dass er mich nicht schlafen lässt, der Mond. Was soll das? Ich gehe auch nicht nachts rum mit einer Taschenlampe und leuchte anderen Leuten in die Schlafzimmer. Käsegesicht. Tja, du hast recht. Ich bin aus Käse. Aus feinstem Emmentaler, frischem Gouda, weichem Brie. Happy, happy. Delikatessimo. Ja, das klingt nicht schlecht. Ich esse gern Käse. Dann starr mich nicht so an, sondern komm rauf. In Ordnung. Ich komme. Das hier? Oh, ja, sorry. So. Mhm. Das sind... Ja, also... Oh, bah! Das sind... Ja. Ja, das sind noch... Oh, bah! Ja. Ja. Neun, acht, sieben, sechs. Oh! So sieht's also aus hier. Hä? Alles aus Käse. Eine Käsewüste. Au! Pah! Hm. Da. Das, ähm... Hey, du Käsegesicht! Wieso lockst du mich hier rauf? Mit falschen Versprechungen. Hä? Na, hart wie oller Mörtel. Das soll Käse sein? Du kleiner Erdenburm. Hör auf zu lachen, ja? Zeig mir lieber deinen Delikatesse-Käse. Möcht mir was abschneiden? Das Würmchen will an mir kratzen. Hey! Hey! Na, de... Oh, de... Hilfe! Ja. 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 Hey, doch. Anhalten. Ja. Die Erde. Meine Straße. Ich habe den Sturz überlebt. Den Sturz flog. Die Sonne. Und der Mond ist weg. Hat er Glück gehabt. Dem hätte ich nämlich meine Meinung gesagt. Mit dem Käsegesicht. Apropos Gesicht. Im Traum heute Nacht. Da hatte er. Natürlich eins. Aber gestern Abend, da war ich doch noch wach. Da hatte er ja auch so eine Art Gesicht. War doch hier. Schwer zu sagen. Wenn man sich das so von Nahen betrachtet, da hat er kein Gesicht. Wenn man es weiter weg hält, ja, da könnte er eins haben. Guck mal. Oder habe ich das nur geträumt? Naja, es ist nur ein Foto. Man müsste sich den wirklichen Mond mal genau betrachten. Damit? Ein richtiges Fernrohr müsste ich haben. Ja. Schon ganz schön, ne? Ist doch bloß eine Pappröhre. Ja. Na nun wach's doch ab. Natürlich ist das noch kein Fernrohr. Da muss noch was dazu. Das habe ich alles hier in meiner Krabbelkiste. Wir brauchen nämlich noch dazu ein paar Glaslinsen. Ja, solche bucklig geschliffenen Gläser. Wie zum Beispiel hier in der Brille. Davon haben wir noch mehr. Ja, die hier. Die geht, denke ich. Das ist die Brille von meiner Tante Liesbeth. Die war weitsichtig. Und das ist das Beste dafür. Das Glas kriegt man ja sicher leicht raus. Ja. Mit einem kleinen Schraubentier. Erkundigt euch mal in eurer Verwandtschaft. Ob da jemand weitsichtig ist, dann könnt ihr ja aber vorher fragen. Ja. Da haben wir es schon. Hier ist ein Stativ. Und da hatte ich doch irgendwo, ja, Knete. Jetzt stelle ich mal das Stativ. Und mich in die Sonne. Ja. Das nehmen wir aus. Die Knete kommt oben drauf. Und auf die Knete klemmen wir unser Brillenglas. So ist die Sonne da. Aha. Sehr schön. Jetzt kommt nämlich ein Experiment. Das Sonnenlicht fällt vorne auf die Linse. Und irgendwo dahinter, hier so etwa, wird es ein Abbild der Sonne geben. In der Luft. Man sieht es nicht. Aber da gibt es einen Trick. Da nimmt man sich einfach ein Stück Butterbrotpapier. Das halten wir jetzt mal hier hin. Und jetzt muss ich ein bisschen wandern. Irgendwo wird der Fleck klein und scharf. Hier, da. Das ist das Abbild der Sonne. Oder nachts das Bild des Mondes. Schön, nicht? Aber was habe ich davon? Es ist ja so klein. Ich wollte ja den Mond vergrößert sehen. Da gibt es aber auch wieder was. Da nennt man sich einfach ein Vergrößerungsplan. Hatten wir doch einen? Ja, da ist eins. Damit werde ich jetzt schon weiterkommen. Jetzt mache ich mir wieder das Bild der Sonne und betrachte mir das Ganze durchs Glas. Ja, fabelhaft. Jetzt sehe ich die Sonne sehr deutlich, sehr scharf, sehr schön. Aber Vorsicht, wenn ihr das macht, nur mit dem Papier dazwischen, nie so direkt in die Sonne gucken, nicht? Das ist gefährlich. Ja, sehr schön. Im Prinzip ist das jetzt schon das ganze Fernrohr. Da muss nur noch die Röhre drum rum. Und um jetzt rauszukriegen, wie lang die sein muss, muss ich mal messen. Also von der Linse bis zu dem Bild. Wo ist es? Da ist es. Ja, haben wir 92 Zentimeter. Die trage ich jetzt auf der Papprolle ab. Ja, hier geblieben. 92 Zentimeter ist es hier. So. Hier wird also das Bild des Mondes entstehen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen was zugeben für die Lupe. Die war ja nicht direkt dran, sondern mit einem kleinen Abstand, etwa hier, so drei Zentimeter. Da. Hier muss ich das Rohr absägen. Ups, fertig die Röhre. Jetzt kommt also hier unten die Lupe dran. Das Pergamentpapier brauchen wir nicht mehr. Und auf der anderen Seite muss ich jetzt das Brillenlas festkleben. Aber wie? Mit Klebeband habe ich alles festgeklebt. Vorne das Brillenlas und da hinten die Lupe. Und jetzt kommt noch was besonders Schönes, nämlich eine Augenmuschel. Damit mir beim Betrachten kein Licht von der Seite aus einfällt. Das kommt jetzt noch da hinten dran. An die Lupe. So. So. Ups. Ja. Sehr hübsch. Na, wollen wir mal sehen. Hm. Bisschen unscharf. Na ja, die, die Blumen da sind ja auch viel zu nahe dran. Ist ja mehr für die Ferne gebaut, nicht? Mein neues Himmelsfernrohr. Hm. Und das könnt ihr ganz leicht selber machen. Aber denkt dran. Nicht damit in die Sonne gucken. Nur im Mond. Im Mond, ja. Das dauert noch. Warten wir eben. Seit die Menschen träumen, träumen sie vom Mond. Und sie fragen sich dabei, wer wohl auf ihnen wohnt. Wohnt dort oben Peter Pan? Oder gar der alte Mann? Eine schnelle Zwirbelhaus? Oder eine Kratermaus? Wohnt da oben grüne Wesen, die so reden wie Chinesen. Mond, Kalb, Zottel, Huhn und Kuh. Oder Menschen wie ich und du. Seit die Menschen dichten, dichten sie vom Mond. Und erzählen in Geschichten, dass sich die Reise lohnt. Einer flog in nem Ballon. Einer mit zwölf Gänsen davon. Einer baut nen Apparat. Geht mit ihm auf Mondesfahrt. Drei besteigen eine Patrone. Schießen sich hoch mit einer Kanone. Einer versucht zu bezauberflaschen. Einer sogar mit Luftgamaschen. Einer band sich Flügel um. Einer flog mit Vakuum. Einer bestieg den Regenbogen. Kam auf ihn zum Mond gezogen. Und sogar durch nen Orkan kam ein Schiff zum Mond gefahren. Seit die Menschen träumen. Träumen sie vom Mond. Und hoffen, dass die Reise sich zu ihm wirklich lohnt. Ja lustig. Haben Sie das gesehen? Haben Sie das gelesen? Ne. Geheimnisvolle Lichter über Kastrop-Rauxel. Besuch aus dem Weltraum. Besuch aus dem Weltraum. Darauf habe ich nur gewartet. Ich habe das kommen sehen. Ich sage Ihnen, Herr Lustig, jetzt kommen Sie ehrlich. Wer? Meine Schwiegermutter. Hat sie auch schon gesehen. Vorgestern in ihrem Schrebergarten. So kleine, helle Lichter. Und dann diese Geräusche. Piep, piep, piep. Nicht von dieser Welt. Ich sage Ihnen, Herr Lustig, nicht von dieser Welt. Das trifft sich gut, Herr Obitz. Ich befasse mich nämlich gerade mit Planetenforschung. Theoretisch und praktisch. Da halte ich natürlich meine Augen offen. Und wenn ich etwas Verdächtiges bemerke, dann sage ich Ihnen gleich Bescheid. Aber erstmal müssen wir ja warten, bis es dunkel wird. Na endlich. Jetzt ist es soweit. Nun wollen wir doch mal sehen. Da oben habe ich mir eine Beobachtungskuppel gebaut. Aus einer alten Plastikwanne. So. Der Mond. Wo denn? Da ist er. Erstaunlich, was man mit so einer alten Papprolle und ein paar Linsen sehen kann. Wenn man sich den Mond so betrachtet, möchte man es gar nicht glauben. Hey, da auf der einen Seite, da fehlt ja was. Als ob da einer was abgebissen hätte. Aber ... Der Mond ist immer noch schön rund. Es sieht nur so aus, als ob dem da was fehlt. Und warum? Das kann ich euch ganz leicht beweisen. Äh ... Ich baue mal ... einen kleinen Weltraum. Das hier ... soll unsere Sonne sein. So. Und hier ... kennt ja jeder ... ist die gute alte Erde. Und wir wohnen ... hier. Aber wir sind ja noch auf der Tagseite. Ich drehe uns mal in die Nachthimmel. So. Jetzt schauen wir in den dunklen Nachthimmel. Und was sehen wir jetzt vom Mond? Gar nichts, weil ... da ist er. Wir sehen ... eine helle, runde Scheibe. Vollmond. Aber so bleibt er ja nicht. Er geht weiter um die Erde herum. Und jetzt bekommt er auf der rechten Seite einen dunklen Rand. Einen Schatten. Und jetzt hier ... sieht man nur noch einen halben Mond. Halben Mond nämlich. Na, dabei bleibt es auch nicht. Er geht wieder weiter herum. Und jetzt wird der Schatten immer größer, immer größer. Bis hier an dieser Stelle ... man überhaupt nichts mehr sieht. Nur noch Sterne ... am Nachthimmel. Kein Mond mehr. Das ist Neumond. Noch ist er schwarz. Aber jetzt sehen wir am rechten Rand eine kleine Sichel. Eine silberne Sichel, die immer breiter wird. Der Mond nimmt zu. Und hier an der Stelle gibt's wieder einen Halbmond. Nur ist jetzt die andere Hälfte beleuchtet. Und so geht es weiter, bis er dann ... nach einem Monat ungefähr ... wieder an der alten Stelle ist. Und da haben wir wieder die helle runde Scheibe. Da gibt's wieder einen Vollmond. Ja, und so geht das immer weiter, immer weiter ... um die Erde herum. Wobei sich die Erde natürlich auch noch dreht. Und sogar noch ein bisschen schneller. Das ist alles sehr kompliziert. Schauen wir uns lieber den richtigen Mond an. Manu? Ach, Wolken. Kein Mond zu sehen. Tja. Da kann man nichts machen. Selbst mit den besten Fernrohern nicht. Aber ich hab gehört, es gibt Fernrohre, die stehen hoch oben auf einem Berg. Über den Wolken. Ein Observatorium. Und wo ist das Fernrohr? Aha. Donnerretter. Das ist ein paar Nummern größer als meine Pappröhre. Fein einstellen und ... Ja. Da ist er. Der Mond ist eine Kugel. So sieht man's deutlich. Kann man da nicht noch ein bisschen näher ran? Ah ja. Eine andere Linse. Und jetzt? Ah. Die Mondkrater. Na ja. Sonst ist ja da oben nicht so besonders viel los. Nur eine Wüste. Ja. Das ist er. Der gute alte Mond. Na ja. Ein Modell vom Mond. Ein Globus. Ein Mondglobus. Meer der Ruhe. Ja. Meere gibt's ja nicht auf dem Mond. Da gibt's kein Wasser. Aber sieht so aus. Da müsste man Urlaub machen. Ja. So. Drei Wochen Urlaub. Mit dem Wohnwagen. Und dann davor sitzen. Im Weltraumanzug natürlich. Und der Erde zusehen, wie die aufgeht. Und runter geht. Und das Ganze im Liegestuhl. Hallo Mond. Ich komme. Der erste Liegestuhl auf dem Mond. Der erste Liegestuhl auf dem Mond. Na dann. Hey. Was ist das? Ich, ich schwebe. Ich, ich bin so leicht. Na ja. Nur zwölf Kilo. Na ja. Auf dem Mond ist eben alles leichter. Ja. Herr Lustig. Schon wieder der Nachbar. Herr Lustig. Sehen Sie doch mal, was mir gelungen ist. Also das war so. Ich wollte nur meine Kamera ausprobieren. Und deswegen habe ich sie aus dem Küchenfenster gehalten und einmal Klick gemacht. Und heute Morgen, wie ich den Film entwickelt habe, war das Ding da drauf. Ich habe gleich eine Vergrößerung gemacht. Extra für Sie. Ah ja. 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 Vielleicht ist das ein Filmfehler, ne? Oder Ihre Kamera ist kaputt. Ah. Sie gehören wohl auch zu den Leuten, die an Zufälle glauben. Sehen Sie doch mal genauer hin. Erkennen Sie denn nichts hier? Ja. Moment. Ah ja. Jetzt sehe ich was. Das ist ein Deckel. Ein Topfdeckel. Ich sage Ihnen, Herr Lustig, das ist nicht von dieser Welt. Ein Fluggerät ist das. Genauer gesagt, ein schnell rotierendes Raumschiff. Ich hätte es ja selber nicht geglaubt, wenn ich nicht kurz danach diese andere Entdeckung gemacht hätte. Was denn noch? Ja, es war so viertel nach acht gleich nach der Tagesschau. Und da habe ich Sie gesehen. Wen denn? Na ja, so kleine grüne Männchen. Kleine grüne Männchen. Ich habe einen solchen Schreck bekommen. Ich habe mich gleich auf den Boden geworfen und bin erst nach zwei Minuten wieder hochgekommen. Und da waren Sie schon weg. Schade. So. Jetzt bringe ich das Bild zur Zeitung. Hey, das war doch meins. Ja, sowas muss man doch schließlich melden. Ja, das mache ich. Ja, das mache ich. Ich habe mir hier so einiges zusammengesucht. Ja. Oh. Na ja, langt ja auch. Na ja, jetzt bin ich mal gespannt, was hier drauf ist. Wollen wir mal sehen. Ja, das hier, das ist ja gar kein Ufo mehr. Das ist mehr eine fliegende Gießkanne. Und das nehmen wir nicht. Ach, das ist großartig. Sehr schön. Wenn das keine fliegende Untertasse ist, dann weiß ich auch nicht. Schöner als die von Nachbar Opitz. Damit könnte ich direkt zur Zeitung. Und wie sowas gemacht wird, das habt ihr jetzt gesehen. Probiert es doch auch mal. Die grünen Männchen. Eine kleine Spende, bitte. Ach, ihr seid's. Ihr habt mir einen ganz schönen Schreck eingejagt. Wir wollten nur fragen, ob du noch vor dem letzten Gartenfest noch ein paar Luftballons hast, weil wir wollten die mit Gas fliegen lassen. Ja, aber Moment mal, das ist doch dunkel jetzt. Nein, den fliegen lassen. Ach so. Weil heute ist doch bewölkt und man sieht kein Sternchen und kein Mond am Himmel. Gut, dann brauchen wir die Ballons. Die muss ich erstmal aufblasen und ein bisschen Strippe, damit der Mond uns nicht wegfliegt. Das muss ich vorbereiten. Wartet mal. So, jetzt haben wir alles. Jetzt wollen wir noch euren Mond mal steigen lassen. Kommst du mal her, Saki? An die Luftballons? Ja, klar. Das sind wir hier einfach dran. Ach so. Danke. So, jetzt halt mal die Ballons fest. Aber gut festhalten. Das hier nicht wegfliegen. Habt ihr den tragen? Das wollen wir gleich sehen. Ich glaub schon. Jetzt brauche ich mal die Bindfaden. Halt gut fest, ja? Ja, ja. Gut. So, jetzt hab ich hier eine lange Strippe, damit er uns nicht davonfliegt. Noch einen Bleistift durch und gleich kann's losgehen. So, alles fertig? Jetzt lass los. Viel Glück. Haha, es funktioniert. Sehr schön. Und der Mond. Ja. Und den muss ich mir mal durch mein Fernrohr angucken. Pass auf, halt gut fest jetzt. Ja? Auch die Rolle. Mhm. Tschüss, Peter Lustig. Abschalten. Tja, du hast richtig gehört. Abschalten. Vielen Dank.